sie ich mache es hat mit einfach nur noch zu bei der Welt das ist ein nächstes die Verwirrung erhält sich die Verwirrung auf der Stadt für den nächsten nein ich hatte beim Checkpoint lief mit mir in den Raum das ist meine Runde leck mich fett ich möchte es schaffen dass ich in dieser Aufnahme doch 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 nein ich hab den Urin ich nicht und ich glaube ja nein so oft auch leckten heiach beim letzten gleiche gesprinte mir gar nicht lief mit ihren Lohn und neuerlich hat sich geschlagen die heulen was sie ich habe mich getroffen der steht zurück vor allem 9 ein einmal kommen nicht meine sprüche 1 aber nach dem check wollen ist das dann wird das danach leichter das sind nur die gleichen Sprünge die Böde sollte einer Weg er hätte sich das schon ist geschafft Rohr die Sprünge als hr was über 2 wirklich jetzt er hat sie nur zwei Springer klar aber hier um die ganze Ecke nur für zwei Sprünge Pauli aufgereicht ich habe ein Checkpoint passiert und Checkpoint Schalini ich hätte euch Geld machen wir aber nicht sie wollten falls ein Freund falls man verzweifelt und jemand weiß man da weil ich bin mal in das Glas ich hab du uns das die Spuren die Spuren und das ist auch passiert das klingt echt nervig bei Pater was ist eigentlich ein Problem ihm ist langweilig genau dann mach doch irgendwas anderes ultranerviges ok hör auf was soll ich sonst machen und es ist ultranervig tscher von mir jetzt weißt du wie ich mich immer gefühlt hab wann wenn ich erst fertig wurde und etwas länger gebraucht hat wann das war auch noch an dieser Laps dazu die zweimal ja muss er das jetzt schon drei oder viermal aushalten nein ja dann ich auch öfter ich habe mindestens genauso viel wie du ja zwar nicht immer sehr lange aber macht jetzt einer auf Flügel Spockro pass auf rein ey boah h 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 Ich hätte es geschafft ich war eingreifen das Jahr eingreifen ich darf niemanden am springen so dass die Mann ein du darfst du nicht mehr eingreifen ja wenn man am springenden aber ich habe mich nicht erinnert die GmbH er hat die Ehre ich mache Rene achte erkennt aber Tag war sie was so was zu tun das hat er 10.000 mal machen er wird sich mal nach dann macht es jetzt durch 1 18.000 er hat zum Glück gar nicht ich bewege mich ganz mit meiner figur mit ich bin im Einklang mit ihr aber auch so macht das jetzt hier im Einklangsatz ja ja also ja 8 n ich hab immer gedacht das ist eigentlich ein item aber gedacht das war kacke aber ist es nicht doch nur verpiss ich jetzt war im ernst boah beim letzten sprung kommt die schwuchtlage ran ey wir sind doch schon ausgeglichen Junge nein irgendwie nicht du Gnick ey halt das Maul Prozent du eschig Fressa ich soll es sechs so einmal Gäu das habe ich genau gesehen ja ich hab gegen das Glas mal so gemacht René du Hafti du Haftbefehl boah Pasi du darfst nicht mehr eingreifen wie oft noch auch wenn es völlig unnötig ist und du die Leiter einfach nicht hochkommst halt die Fretze h die Gnick ich spart die Kine Kine Bedeck muss ich noch zwei Sprünge machen Prozent zahlt sie eiskalt massiv was noch eine kleine Paprika die war richtig die war richtig massiv so hat er passiert er hat die Paprika mal gesehen Nein hat er nicht Er hatte weil so ne kleine Pappfigur gemacht die Ausladung wie das Alien von American Dad und da hat er jedes Mal gesagt und hat sie da vor sich gehalten Ich weiß jetzt nicht was daran so witzig sein soll ich bin bei einem zweitensprung abgekackt ich hab's geschafft Nein, weil du aus dem Raum gegangen bist Glaubst du oder sagst du da musst du lange Sprünge machen ich hab's abgemessen naaa ba-bam bumm ja I putney alone das war ja auch mal ein geiles Update so ein Maßband ne nein das wäre ziemlich öde und ziemlich sinnfrei so und jetzt musst du nur noch Florian machen weil jeder weiß dass ein Block hier ein Meter ist so ungefähr Britney war in, dann out dann in, dann out zuerst das das ich habe ich habe aufgehört als gereicht hat ich habe auch weil es gereicht hat deswegen habe ich aufgehört was hey Pasi ja sollen wir ein kleines EP-Klaschenbecken machen nein voll der Korb Pasi mal rein Pasi hat es ja richtig wer hat mich jetzt geschlagen ich nicht hä niemand was the fuck war ich einfach nur zu ich war jetzt bei Pasi keine Ahnung egal achso ich bekomme verspäteten Schaden deswegen wahrscheinlich ah voll merkwürdig dass die Pferde auch aushalten ja richtig merkwürdig ey ja dass das nicht auf Deutsch ist tja musst du jetzt weinen ja auf jeden dann gehen die Ecke und dann gehen die dann gehen die hallo du störst meine Konzentration lebt das sie noch ja wie geil das hat voll viele Leben René das hält richtig das hält richtig viel aus da 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 und oh yeah ferne Zucht bei manchen hört sich das an als ob die furzen boah das ist keine scheiß dich ja wie soll ich Leder bekommen ich glaub eins der Ferne ist gestorben ach voll witzig ha ach boah ha 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 zum Glück ein Stück mehr zum Glück nur paar sehen nein hey das Pferd hat mich geschlagen Alter wie viele Schadträge die auch halten die Viecher sauber René was denn mein Internet meine Verbindung ist abgekackt du bist noch auf dem Server Junge dank deinen super tollen Pferden ihr könnt ihr auch mal töten bis ich wieder reinkomme ja ich bin doch dabei ja mach weiter hast du mal wieder super Ringen gekriegt du müsstest eigentlich drauf kommen müssen okay Gnick ey es gibt nur noch ein kleines Schadträge ja Aua Aua ja ich bin so creative du Ivi Aua boah geh doch einfach creative Junge nein lebt da unten noch ein ja warte wenn das ein großes ist lass es lass es leben es ist ein kleines kannst du mal bitte ein große kannst du mal ein alter dröhnen das einfach mit dröhnen das einfach mit Zucker voll da Aua 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 ja du musst den Dattel darauf packen den Schweinesattel dort ist er hat das viele Leben Mann wie das hier aushält ach du musst da Zucker geben den Scheißvieh und das zu zehn Mann immer Zucker immer Zucker jetzt frisst den Kackdreck nein irgendwie ist meine Hand komisch irgendwie wird das Pferd nur größer es muss Herzen bekommen habe ich gesehen hast du es echt gesehen Mann Alter wie viel muss das denn fressen ey 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 ey